Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und YouTube Gamescom auf der PS4 redet heute über Tanzverbot. Wer ist denn Tanzverbot? Ein Held, ein bisschen pummeliger YouTuber, aber das ist mir egal, weil er richtig cool ist, weil der Tanzverbot mal ein Video gemacht hat über Montana Black, wo er so richtig, nur so, äh, Montorma, was willst du und so, ja, richtig geil, hat mir richtig gut gefallen. Und, äh, ja, ich wollte nochmal einen kleinen Hater grüßen. It's Flair, du kleine Pussy, it's Flair, it's Flair, was bist denn du, du Lappen? It's Flair, was nennst du dich Flair? Ja, hast du keine Ehre, oder was? Hä? Flair, Alter, nennst dich wie ein Rapper, du Hurensohn. Naja, ist mir auch egal. Naja, ähm, was wollte ich sagen, äh, Tanzverbot, ich würde gerne dich auf der PS4 adden. Kannst du mir deinen Gamertag bitte unter dieses Video schicken, dann können wir zocken und Projekte machen und dann können wir das ganz Groß, können wir richtig, können wir richtig mächtig werden. Verstehst du, was ich meine? Dann können wir richtig mächtig werden. Wir zwei, zusammen, können YouTube verändern. Wir können YouTube von den geldgeilen YouTubern befreien. Von allen. Wir schaffen das. Oh, Tanzverbot. Und jetzt Flair, verpiss dich auf meinem, verpiss dich aus meinem Leben. Ciao.